Ich hatte noch nie so eine Leder-Leggings, die einfach perfekt passt. Ich liebe sie. Vor allem, die es noch voll schön gefüttert und macht so ein schönes Figürchen. Also ich kenne das ja von Leder-Leggings, vor allen Dingen bei fülligeren Frauen. Man sieht einfach meistens aus wie eine Presswurst darin, aber an der gar nicht.